Heute sind wir eine Propagandausche! Hallo! Das ist der einzige Landtag abgeordnete Projekt, die in Ede völlig geschnitten ist. Oh, doch! Das ist doch der OTV Ehrenbrecher, was denn? Ach ja, bestimmt! Der sieht aber nicht so gut aus wie der Herrmann. Ne, der sieht schlecht aus. Aber der ist bestimmt Vegetarier, der tippt die Tiere. Oder? Aber früher frisst er doch weg! Pfff! Ah, oh! Einen Herrn noch nicht mal, die Betto. Sogar die hohe Geistlichkeit ist da! Der Vater im Platz ist... Boah, er hätte ja nichts hinter sich, Frauen! Applaus 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 Samo Die Hand auf den City Park Applaus 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 Wo ist das alles mit der Pferd? Wo hast du das Pferd? Bei Bumser Ich bin der Trengele Also da kenne ich steuerte Waren auf YouTube Aufs Video Wank So wie dauerne Musterfisch Du Ja Ja Bei Da kann er sich dann hochladen Und dann kann er sich an Also erstens Einfach was dann nicht mehr dazu Und zweitens Angucken will Was ich dann dann aber nicht Einer kann das Speicheln Ah Speichere Das wäre schön Wenn man sich da Speicheln könnte Also ich spiele jetzt ganz modern nur Ich hab ja der letzte iPhone gehabt Wann das auch? Ein iPhone hab ich Ein Östere Nee Nee In November hab ich mal das fest Ah Im November Der iPhone Jo Und jetzt hab ich mal extra So mein iPhone Ein Lauf Truckrät besucht Von Bota Was ist das? Ein Truckrät Ja Jo Wann ist doch Wodafone Ein Wodafone Wodafone Ein Wodafone Ein Wodafone Ein Wodafone Mit dem Mit dem Wie Kann ich Geheben am Herzen Zum Beispiel Bottenspielen Und ein Wettbewerden machen Und da geht auch mit mir leid Da kriegt jeder so viel in die Hand Und dann macht jeder so Und der Rest ist halt oben Ah Und dann Und dann Da gibt es noch mal die Spätel Ja Da hab ich den letzten 14 Jahresvertrag Hab ich noch Und da hab ich noch Umsonst Ein U.S. Birtstück Das ist ja noch praktisch der Stick Der ist täglich verlehrt und dann mache ich was kranklos. Und wenn ich fertig bin, ziehe ich der Stück verlehrt raus. Der ist in der Hand und der schließt mich auf den Stück auf. Der hat echt in allen 70 Jahren geholfen. Da brauchst du halt, dass du das kallend hast. Ja, sonst hast du da schon immer noch ein perfil in den Fall. Wie ist es? Ich hab' das große Problem, aber nicht mehr? Jetzt sind wir bei der Erste und mit dem ohne Drink. Da, da... Da, da... Sau! Also, da muss ich das wenig zu beleidigen. Danke, thanks for a minute. Aber dort ist dann mit der Lackwege. Da kann ich jetzt 24 Kommanden da. So oft ich will, die war, das ist ein wenig zu haben. Haben Sie meine goldenen Frau, mit dieser Wasserweite? Na, ohne Frau! Eine brav BeupUI. Klein. 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 Oh, ach, Herr Nord, also ich habe mir jetzt so ein neuer Flachblätter und Fernseher gehabt. Du möchtest ein Flachblätter und Fernseher. Und mein Englischer hat gesagt, Oma, wenn du dir ein neues Flachblätter hast, dann hast du gleich eine Flachblätter dazu. Was? Eine Flachblätter? Jetzt sagen wir doch bitte schön, was ein Flachblätter ist. Das ist so in der Regel, wenn man ein Flachblätter anschließt und da steckt man diese runde Scheibe da drin. Das ist so in der Regel, wenn ich das nicht weiß. Ich werde das nicht auf dem Weg bringen. Ich werde das nicht auf dem Weg bringen. Das ist so, was ich nicht auf dem Weg bringen. Wenn du dir das nicht auf dem Weg bringen. Aber ich werde das nicht auf dem Weg bringen. Ja, mit der Fabianse und dürfte es mit Tamspiegel. Aus Riede, es gibt doch keine verwesene Tamspiegelungen. Doch, Anna, hab ich. Der Doktor, der vorwärts doch immer von unten, von unten, mit dem Ding da, oder mit dem Dunkel, und wenn er da Dinge rauszieht, dann wird es immer hell am Fernsehen. Auf Riede, das ist die DVD euch der Geschenkamt. Das sind die schönsten Zustrecke von der Schweiz. Ah, Anna, jetzt mal was anderes. Ich hatte noch bald ein großes Jubiläum, ich werde noch bald 30. Was? 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 Das war doch mein 80. Hies jo, denn ich 90. Am 31. Oktober 1927 bin ich gebohr. Jöö, zählte ihn wie zählte ihn. Anna, die feier doch mal dann mehr in Potsdam. Auf Wiedersehen muss er so los feiern, doch immer noch sterben ist der blaue Fuchs. Oh, Anna, ein bisschen Geld schießt auch mal was. Auf Wiedersehen, doch der Streis ist doch noch mal ein Lachterl. Ne, ich will trauen mir jedenfalls auf Wendel in der Schlossplatz. Auf Wiedersehen. Du bist verschlundert und setzt mir doch nicht raus. Oh, dann schreib mal auf Wiedersehen, doch wie sein Potsdam wurde. Besponsert vom Neumanns-Zahle-D. Nein, mein Friedrich, das könnte man nicht machen. Nein, 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 nein. Da hast doch kein Kassel, der früher hat es gemacht. Fünfer halbzimmer, er war, fünf halbzimmer. Auf Rieser, da hast du vier halbzimmer. Fünfer halbzimmer, er war, ich hab doch das letzte Mal in einem Kunden. Wie geht ihm sowas richtig schön? Aaaaaaah! Kleine Serie oder Kleine 70 Erwart? Da war ich doch mit dem Gerhard verheirat. Da hab ich dir doch bei Möbeln an...